So, Larissa hat einen drauf. Leute, und wenn ihr wisst, was so Brunz heute abgezogen hat, aber dann gehst du mal extra das Tor. Aber jetzt hat sie einen drauf. Larissa, wir sind bei Fred Kotowski auf dem Boot und meine Frau Larissa hat ihren ersten bis jetzt... Boah, jetzt schön ruhig. Der ist noch nicht so weit. Über 80 definitiv. Arbeiten wir mal ein bisschen mit ihm, sonst hat er wieder ab. Na, jetzt hoch, genau. Bisschen nach, nehmen jetzt Kurve. Jetzt wieder hoch und jetzt nix mehr machen. Jetzt noch mal jemanden Keshe führen. Ja, gut. Ach, was liebe ich meinen Schätz. Ja, geil, 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 geil. Ja, super. Petri, Schatz. Hast du gut gemacht, Fred. Ja, natürlich. Was denn sonst? Petri. Ja. Ja, danke. Ja, ja. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal.